ja hallo liebe leute da sind wir wieder mit gta 5 und mit dem gesicht ja es wurde von euch gewünscht ihr seid selber schuld wenn jetzt dieses anlitz ein bisschen vom spiel ablenkt jetzt aber ich kann das leider nicht jedes mal machen denn ich bin nicht vollzeit youtuber ich verdiene kein geld damit und das braucht halt einfach mehr zeit zum schneiden zum rennen und 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 es ist viel mehr aufwand aber ich mache es jetzt mal den leuten zu liebe die das in den kommentaren gefordert nein darum gebeten haben so aber langer rede kurzer sinn lasst uns spielen deswegen sind wir hier gta 5 so wir sind trevor und wir suchen die fahrzeuge zusammen um dann irgendwas böses damit anzurichten hier sehen wir trevor hat ganz viele aufträge die hs das sind das ist fahrzeug suchen und so jetzt möchte ich aber eigentlich mal gucken wenn wir zu michael wechseln ob der diese hs symbole auch hat weiß ich gar nicht müsste eigentlich dass das wechselt halt zu ihm dann tja mal gucken was macht er denn gerade der ist wohl zu hause in seinem auto aha oh gott der arme was hat er denn ist wohl mit der allgemeinen situation unzufrieden mal aussteigen dann können wir nämlich gucken aha doch hier unten hs ich sehe es während sie huckt ja gut dann lasst uns doch mit michael mal noch was holen aber wir werden mit michael auch noch wobei moment muss schnell gucken es hieß ich soll den guten mann mal einkleiden der sähe aus wie john mclean das war eigentlich auch ein bisschen meine idee aber ja michael ist wie gesagt meiner meinung nach der gentleman unter diesen drei spassvögeln von diesen drei spassvögeln und der müsste eigentlich auch ansprechen entsprechend gekleidet sein denn trevor sieht aus wie trevor auszusehen hat finde ich und franklin eigentlich auch so dieses jugendliche gangster dings jetzt ist halt die frage hat der gute michael in seinem halt halt ego nicht von außen so genau so gehört sich das bei mir zumindest ich sehe da einen gelben gnubel das heißt wenn wir jetzt da hingehen passiert irgendwas ich möchte jetzt aber gar nicht hingehen denn ich möchte den mann einkleiden ich wollte jetzt aber erst reingehen und gucken ob der nicht vielleicht in seinen kleiderschrank wenn ich da jetzt reingehe da passiert was nein wir gehen den erst einkleiden ich wollte gucken ob er im kleiderschrank nicht vielleicht was passendes hat aber da lösen wir irgendwie da trinken wir irgendein ereignis wenn wir da reingehen dieses fahrzeug gehört michael und ist daher als fluchtfahrzeug ungeeignet ja ich will ja auch nicht fluchtfahrzeug ich möchte den mann einkleiden so deswegen gucken wir wo haben wir hier einen laden hier ich schätze mal die schere heißt schneider und schneider heißt oh friseursalon okay nein ich brauche nicht ein friseur da waren wir gerade mit dem guten mann sondern wir brauchen klamotten hier hat es klamotten hier hat es eigentlich auch klamotten dann lasst uns mal dahin düsen das ist nicht allzu weit ich wollte gerade sagen hoffentlich ist das tor auf es scheint geschlossen zu sein ne aufwärts fahren müssen wir noch können das wäre auch hilfreich so düsen wir mal hier runter und dann kriegt der mann was macht denn der da habt ihr den gesehen kofferraum auf eine leiche hinten drin sonst irgendwas krummes das ist ja echt hier eine gegend überall krummediener polizei bin ich schon dran vorbeigerauscht rausch noch irgendwie zurück hier ist der kleiderladen tja muss halt immer ein bisschen tastatur gucken wie was wo ist wo das sieht aber das sieht teuer aus und man kommt nicht rein das ist auch nicht der kleiderladen okay das ist eine erklärung warum man nicht rein kommt hier das sieht okay aus ja wir suchen einen anzug für den gentleman hier wär jetzt privat nicht so meins aber ich bin jetzt auch nicht privat hier was kann man denn hier hinten noch machen anprobieren oder ist das einfach ne das ist nur was das denn das das ist das schöner blumenstrauss ähm eben ich bin ja nicht privat hier ich bin ja als michael hier so und dann hätten wir gerne irgendwas nicht ne lederjacke ist das alles was ihr hier habt oh jetzt möchte ich speichern keiner weiss warum drücke e um die jacken anzusehen ihr hat es doch eigentlich so anzugjacken was haben wir hier anzüge okay öhm erst mal das e finden hm ne ne das ist doch eher dieses schwarze oder eher so oder so das ist zu poppig ich würde eigentlich sagen dieses schwarze sieht gar nicht schlecht aus 5900 dollar die nehmen es von den lebenden heiliges bisschen für das bisschen anzug was haben wir denn wir haben 700.000 dollar okay wir können den laden kaufen da brauchen wir uns nicht äh drum zu scheren ob das teuer ist ja ist gekauft gut das sieht doch schon ein bisschen besser aus jetzt möchte ich mal noch gucken so ein gentleman trägt ja eigentlich auch krawatten genau sie schweigen mal da hinten sonst machen wir gleich einen ladenüberfall hier äh haben sie irgendwo krawatten gute frau hier hinten vielleicht kling 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 krawatten auswählen kling mhm hallo keine krawatten äh noch mehr anzüge wir gucken nochmal oh ok hier ist die auswahl doch ein bisschen grösser wieder an der ecke hinten Geld haben wir ja eigentlich auch genug aber ich muss sagen dieses schwarz gefällt mir eigentlich fast am besten das was wir eh haben jetzt ist einfach die frage wo gibt es hier krawatten ich möchte ja jetzt hier nicht stundenlang in diesem blöden trötelladen rumhängen Pullover Möchten wir einen Pullover? mhm ne 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 gleich wieder raus ne 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 nix Pullover Krawatte Krawatte dass man die frau auch nicht fragen kann Sportbekleidung ich darf jetzt nochmal rum und guck was aufploppt Hemden ok Hemden Hemden kann man sich natürlich ansehen so ein weisses Hemd sieht eigentlich relativ gut aus zum Anzug warum hat er denn jetzt Shorts an? sehe ich das richtig? he 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 jetzt trägt er plötzlich Shorts ja geht es eigentlich noch? wisst ihr was? wir lassen das mit den Hemden aus sonst haben wir am Schluss dann Shorts und ich möchte ja keine Shorts ok Krawatten geht nicht falls irgendjemand ruhe ich rede falls irgendjemand da draussen weiss wie man hier in diesem Spiel zu einer Krawatte kommt dann bitte gebt Bescheid bei der Sportkleidung wird es ja nicht sein ne was passiert denn wenn ich zur Frau hingehe? gar nix sie guckt doof ok dann guck du doof dann gehen wir Sportbekleidung? nein wie gesagt wo ist unser Auto? bye bye da hinten dann gehen wir jetzt mal Sachen beschaffen wie sehen wir denn aus? ja ich würde sagen angemessen angemessener wie im Unterhemd also John McLean ist begraben es lebe Michael äh erst markieren wir gehen zu irgendeinem HS das eine ist Fluchtfahrzeug organisieren das ist mir klar was das andere was die anderen Sachen sind weiss ich nicht war hier unten nicht das was wir mit äh Tiver gemacht haben dieses ähm Dingsbooms äh Karre beschaffen Abschleppkarre müssten wir das mit Michael nochmal machen das wäre ja komisch wir gucken mal hier da ist gleich noch ein Gunjob ich nehme mal an diese HS steht das hier irgendwo auf der Seite? ne steht nicht ich finde es natürlich wieder nicht äh wir gucken mal da war noch ein B in Orange aber Orange ist ja teuer halt falsche Richtung einmal hier rum so oh das ist allerdings guck mal hier das ist ja Michaels Auto was passiert denn jetzt wenn ich das hier stehen lasse und wo ist der andere hin und das andere klaue nix wenn es davon fährt tja ok nochmal daneben mit der ich denke mal die Karre müsste ja dann wieder was 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 ich glaube diese Karre müsste dann ja wieder in der Garage stehen in der eigenen rein theoretisch keine Ahnung man müsste es halt mal ausprobieren aber wenn natürlich der Typ mit seiner Karre abha- aah ich war's nicht haben wir schon einen Stern? nein gut aber ein H im Gesicht und das ist dann doch eher lästig so gucken HS eben das müsste HS steht ja nämlich an für heißt keine Ahnung irgend sowas also wird da irgendwas sein was wir beschaffen müssen so bei der nächsten ne bei der übernächsten noch so ein geiles Auto hier hat es echt ganz wow und das war mal ein geiles Auto eieiei aber echt über dieses gelbe da das war wo war's gleich nochmal das das sieht aus als möchte ich es haben nein nicht 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 ich möchte nicht davon fahren das ist ja geiles Ding oh oh okay Polizei jetzt haben wir doch die Polizei am Hals dann hängen wir die schnell ab bevor wir zu diesem HS fahren aber so richtig schnell ist das Ding nicht also das sieht zwar geil aus finde ich können wir immer schnell gucken da das ist doch das ist doch ordentlich wobei man sollte nicht Fahrzeug gucken während man abhauen will oh der hat aber grimmig geguckt jetzt werde ich fast ausgestiegen weil ich die falsche taste nein jetzt habe ich die falsche taste nein 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 schiessen schnell weg 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 man 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 uah ja ist doch jetzt haben wir schon zwei Sterne das ist nicht was ich wollte ich wollte eigentlich den einen wegkriegen und nicht den zweiten dazu bekommen hm ja ich wollte aber wenn man was will aber zwei Sterne sind noch kein Hubschrauber von daher müssten wir auch nicht hier ins Tunnel rein jetzt ist halt die Frage Combo ich wollte jetzt einen Combo dienen da vorne so ein unzerstörbarer Hydrant das ist ja auch nicht schlecht ups ups wer schiesst denn da die böse Polizei das ist irgendwie typisch Amerika man klaut ein Auto und dann schiessen sie ist ja auch ein Kapitalverbrechen wenn mein Fahrzeug klaut da kennen sie überhaupt nichts so wir sind immer noch auf der Flucht ich muss mal gucken dass ich mich nicht irgendwie boah komplett von diesem HS entferne aber primär muss ich natürlich gucken dass wir abhauen können oder nicht abhauen dass wir nicht erwischt werden ja das ist natürlich auch sehr schön wenn man dann noch von der Seite irgendwie das andere Auto mitnimmt sehe auf der Map eigentlich nicht dass sie uns zu nahe kommen würden wenn wir jetzt hier eine Seitenstrasse hätten kann man das als Seitenstrasse nehmen Top einziehen und auf die Map gucken und hoffen und gucken es blinkt blinken ist immer gut ich bin zwar noch nicht sicher ob das nicht heisst dass man dann langsam irgendwie aus dem Fokus rauskommt von der Polizei aber jetzt haben wir es geschafft doch das blinken heisst wahrscheinlich tatsächlich ähm sie sind bald wieder in Sicherheit vor der Polizei in Sicherheit vor der Polizei so jetzt ist es auch nicht mehr weit bis zum HS zumindest sah es gerade vorhin so aus als wäre es nicht mehr allzu weit hier Juppo hier hm noch ein bisschen äh oh Gott was ist das denn wir gehen mal gucken Kauf drei Overalls ok das klingt nach Action schon wieder schon wieder kaufen Aha das sind Waffenladen guter Mann wo haben sie die Overalls hier Oberteile und Overalls wieso denn drei ein für Michael ok dann kaufen wir doch für alle drei die Overalls dann müssen wir auch nicht dieses Abschleppfahrzeug wahrscheinlich nochmal holen das kann ich mir nicht vorstellen Arbeits Overall mhm das sind eigentlich alles Arbeits Overalls also da geht es hier weiter runter nein gut ich denke bei Michael bleiben wir mal bei schwarz dann für Franklin den hier und für Trevor nehmen wir den hier dann hat jeder eine andere Farbe verlasse Ammunition ok jeder hat eine andere Farbe dann erkennen wir die drei wenn sie dann noch Masken aufhaben und ja ich denke mal bestanden Blaumänner das war jetzt aber auch die anspruchsvollste Mission bis jetzt naja mal gucken ob es in der nächsten Folge anspruchsvollere Missionen gibt wir werden sehen danke fürs Zusehen auch bis zum nächsten Mal Tschüss das war